herzlich willkommen zu einem neuen video und heute ist es etwas mal wieder sehr besonderes für mich persönlich ähnlich wie bei den forest mann wir sprechen nämlich heute über magisto und die drachenritter ich bin im normalfall immer so ein fan komischerweise von diesen themen die wirklich kurz gelaufen sind also in dem fall die rachenritter das war nicht so viele sets auch bei den piraten mag ich die armada jungs eigentlich am liebsten gab es auch kaum sets von auch teilweise exklusive sets und tatsächlich bei castle sind die forest mann wo es natürlich auch nicht viele sets von gab ist wahrscheinlich mein favorite thema of all time was castle angeht aber dicht gefolgt auch von den drachenrittern wir gucken uns gleich mal die sets an ich sage euch meine meinung dazu und natürlich vorher möchte ich noch ein bisschen darüber reden wieso ich diese reihe so cool finde und was überhaupt so cool an diesem zauberer ist denn viele kennen natürlich dumbledore und gandalf auch alles coole zauberer keine frage aber für mich ist glaube ich der beste lego zauberer aller zeiten immer noch magisto und jetzt könnte man denken okay es ist ein blauer zauberer war vielleicht früher ganz cool aber was ist da jetzt so besonderes dran für mich persönlich es gibt so ein kindheitsfilm den ich sehr sehr liebe das schwert und stahn oder die hexe und der zauberer im deutschen und da haben wir diesen zauberer der natürlich auch merlin ist und seinen kleinen jungen freund floh also sein lehrling soll das sein dann sein zauberlehrling und immer wenn ich diesen film sehe diese diese bilder auch diese dieses alte comic mäßig gezeichnete es ist so hin und her wenn ich diesen film sehe denke ich sofort an magisto irgendwie und wenn ich irgendwie eine magisto figur sehe denke ich sofort an diesen film also ich assoziiere damit sehr viel schöne kindheitsänderung ich kann euch den film empfehlen der gibt es mal nicht bei disney plus da habe ich den neulich auf jeden fall mal irgendwann gesehen ich weiß nicht ob das bei disney plus auch so ist das wie bei netflix dass die filme nach und nach wieder raus laufen aber ich glaube nicht sehr cooler trickfilm mit einer sehr coolen story ich weiß nicht wer die story von merlin und sowas kennt so grob wird das da aufgerissen und das ist halt natürlich eine coole sache wenn man diesen film sieht und dann sieht man dieses lego set da kommen wir dann auch gleich zu was natürlich das ikonisch set aus dieser ganzen reihe ist und das ist so ein bisschen der anfang meiner liebe zu dem zauberer magisto jetzt könnte man natürlich meinen ach der wieder mit seinem hier classic zeugs und ja schön das teilgestell gedanken aber was lego interessiert das ja nicht mehr das stimmt tatsächlich nicht denn beim lego adventskalender von kingdoms gab es ebenfalls ein zauberer der eindeutig an magisto angelehnt ist wir haben auch in der minifiguren serie 12 auch ein zauberer bekommen der ist sogar noch ein bisschen näher an dem dran also an diesem merlin dran aus diesem film finde ich gerade mit diesem spitzen hut das passt natürlich deutlich besser noch mal und natürlich haben wir auch in der großen jubiläums 400 euro ritterburg die jetzt im august rauskommen wird auch eine magisto figur und der soll auch das soll auch magisto sein ist für mich eine mittelgroße enttäuschung muss ich sagen weil der überhaupt nicht bedruckt ist also wer hat einfach nur blaues oberteil und diesen dieses rock teil quasi also dass sein gewand dann länger ist aber es ist beides nicht bedruckt finde ich sehr schade aber trotzdem zeigt das natürlich dass diese figur immer wieder aufgegriffen wird das ist ähnlich wie mit adventure was hier mit johnny thunder der wurde ja auch in einer minifiguren serie nochmal aufgelegt und da gibt es immer wieder irgendwelche referenzen dran also auch für lego ist das eine besondere figur ein besonderer charakter und ich bin froh dass der ab und zu mal wieder aufgegriffen wird auch wenn es jetzt wie gesagt in der burg da hätte ich mir was richtig richtig cooles gewünscht stand jetzt wie es aussieht ist es leider eine figur die komplett nicht bedruckt ist aber gut so viel so ein bisschen zu der vorgeschichte zu meiner vorgeschichte vielleicht auch zu der geschichte wie es bei lego dann mit dieser figur auch weiter ging jetzt wollen wir uns aber auf jeden fall die sets angucken das erste und ikonisch das hat meiner meinung nach ist die 60 20 das ist dieser kleine magic shop in anführungszeichen das ist im prinzip so ein baum mit einer kleinen leiter ich habe dazu ja auch mal ein review gemacht mit dieser coolen bedruckten fliese mit der schriftrolle wir haben dieses fass wir haben diese diamanten in anführungszeichen oder edelsteine also dieser rote und dieser grüne einmal eins statt und wir haben natürlich ein fass und ein schwert und ein papagei der in dem zusammenhang wahrscheinlich eher sowas wie ein adler oder sonst irgendwas sein soll das kann man jetzt nicht so genau sagen aber diese grauen papageien die wurden ja öfters verwendet und natürlich kann man dieses schwert auch passend in dieses fass reinpacken und da kann man so ein bisschen auch die geschichte von merlin vielleicht nachspielen mit dem schwert im stein schwert im fass etc im deutschen hieß die figur ja zerlin also ne schon deutlich angelehnt an merlin ich finde trotzdem den namen magisto das ist wie bei johnny thunder das ist für mich auch trotzdem johnny thunder und nicht joe freeman oder sonst irgendwie was finde ich trotzdem eine coole sache das ist ein super set das kriegt ja auch noch relativ günstig also das ist nicht so dass oder das magisto drin der gibt es in keinem anderen set mehr deswegen ist das set jetzt hier auf einmal bei 30 40 50 euro das ist wirklich ganz entspannt das kriegt ja locker eigentlich noch für zehn euro auch mit anleitung und das ist super einstieg damals gewesen in diese reihe wie gesagt leider werdet ihr gleich sehen dass da nicht mehr allzu viel kommen wird als zweites set haben wir den dragon defender da sind die ersten coolen drachenritterschilde drin und auch diese drachenfedern die wir ja später noch in gewissen anderen sets miterleben werden in gewissen ritter bogen vielleicht wisst ihr welche ich meine vielleicht auch nicht schreibt es mal in die kommentare ob ihr es wisst und jedenfalls ich finde einfach diese kreativität die es damals gab dass es einfach so drachen kopf ist der gebaut ist finde ich genial erstmal diese ganzen hintergründe natürlich auch wieder ich finde es einfach super wie das aussieht die figuren sind großartig drachenritter leider haben wir da nicht allzu viele figuren bekommen also wir haben da keine burg gekriegt wo wir dann zehn drachenritter einfach mal drin hatten das ist schon wirklich eine besondere fraktion gewesen aber nichtsdestotrotz je besonderer eine fraktion desto cooler finde ich persönlich ist sie meistens auch das ist ja wie bei habe ich ja eben schon erwähnt bei den armada jungs es sind einfach coole figuren und es ist etwas wo man sich fragten hätte man da vielleicht mehr raus machen können das nächste set ist auch sehr cool die 6048 das ist magistos magical workshop für mich war es immer eher so sein zuhause an so ein workshop da denkt man ja irgendwie man lernt irgendwelche kniffe oder sowas und wir haben auch wieder einen coolen drachenritter mit dabei der hat witzigerweise in dem fall also erstmal magisto hat hier so einen kleinen umhang wie es am zauberer gebührt aber der drachenritter hat auch auf den bildern wie ihr seht nicht diese blaue drachen feder quasi in seinem helm mit drin sondern die blauen drachen federn die sind quasi an dem gebäude mit dran das sieht man links und rechts finde ich auch interessant man kann die drachen feder natürlich trotzdem anbauen das ist ja der gleiche helm wie bei dem drachenritter den wir mit den gelben federn eben schon gesehen haben das ist ja quasi das gleiche teil also das könnte man auch theoretisch machen fand ich nur interessant aber so kriegt man natürlich auch ein bisschen varianz rein wenn man die nicht alle immer gleich macht und der schild den der drachenritter hatte dieser schild der ist einfach genial also ich finde diese bedruckung und dieses symbol finde ich spitzenklasse ich hoffe natürlich dass wir irgendwann vielleicht noch mal was in richtung drachenritter bekommen werden zur großen burg hätte das jetzt wahrscheinlich ganz gut gepasst aber ich meine mich nicht zu erinnern dass da außer magisto irgendwas richtung drachenritter gewesen ist als nächstes haben wir den dragon wagon auch ein schöner name im englischen ich habe leider den dollar preis nur rausgefunden das ist immer schwer bei sowas den euro oder dem mark preis rauszufinden es waren 20 dollar dafür habt ihr aber zwei pferde bekommen mit dieser coolen kopfbedeckung den drachen die coole flagge von den drachenrittern zwei drachenritter einen coolen ausgerüsteten mit dem coolen helm mit den federn und auch mit dem drachen schild und ihr seht auch da hängt zum beispiel der gelbe sattel auch noch mit dran also die pferde kann man auch noch mit dem sattel ausrüsten und das für 20 dollar hätte ich damals und heute sowieso auch absolut gefeiert wenn das in euro also wenn das um 20 euro set wäre super coole sache der drache ist natürlich noch öfters dann gekommen später auch nicht nur in dieser serie den haben wir bei den fried nights zum beispiel auch in schwarz mit orangenen flügeln gehabt in schwarz gefällt mir sogar noch ein bisschen besser aber hier passt das auch ganz gut mit dem grünen drachen in der zauberer serie da möchte ich mich jetzt gar nicht beschweren also der drache generell ist auch ein ziemlich ziemlich cooles teilen neuen drachen könnten wir auch mal wieder kriegen irgendwann als erstes großes highlight set also die anderen sets waren auch schon cool das solltet ihr nicht falsch verstehen aber es gibt immer so diese top sets da haben wir die dark dragon stand auch ein sehr cooler name eine coole alliteration und da ist es immer so die sache also das ist die höhle wo der drache lebt oder gefangen wird je nachdem für mich war magisto eigentlich immer der gute zauberer in funks seien der wurde auch manchmal so dargestellt dass er den drachen die befehle gegeben hat anzugreifen das ist immer so auslegungssache das kann man aber auch machen wie man möchte ein sehr sehr cooles set natürlich sind viele von diesen großen felsformationen da jonas hatte mir das auch mal gezeigt er hat das hätte ja auch irgendwie mal sehr günstig in anführungszeichen bekommen aber das ist sind tatsächlich viele teile aber man kommt schnell auf diesen erfolg dass man sowas großes gebaut hat mit dem man dann auch schnell spielen kann wir haben wieder die coolen fahren dabei wir haben die coolen schilde dabei wir haben magisto natürlich dabei ein sehr sehr cooles set das hoffe ich irgendwann auch noch mal zu einem günstigen oder guten preis bekommen zu können aber das geht auch schon mittlerweile richtung 70 80 90 100 euro und dann muss man sich dann halt fragen ob das das dann wirklich wert ist gerade natürlich wenn man will es vollständig haben man will natürlich diese fahne auf jeden fall haben die drachenflagge die ganzen figuren und sowas das ist dann immer schon entscheidend aber ein sehr sehr cooles set wie ich finde und jetzt kommen wir zum highlight set dass die 60 82 die fire breathing fortress ich finde die namen englischen haben einfach großartig weiß auch nicht wie die auf deutsch hießen können mir auch gerne während die kommentare schreiben aber die namen wenn ich so cool gewesen sei wie die englischen hier haben wir tatsächlich den habe ich eben gar nicht erwähnt und der ist aber auch schon in dem in der drang stand quasi mit drin gewesen der dragon master und wenn man jetzt von dieser geschichte ausgeht der dragon master das sagt ja der name schon und wenn wir uns dieses bild angucken von der fire breathing fortress dann ist es eher so dass der drachen meister meiner meinung nach der bösewicht in anführungszeichen ist und den drachen losschickt oder losschicken möchte auf den angriff auf magisto man kann natürlich auch spekulieren dass der drache wieder zurückfliegt und diese klappe aufgemacht wird damit er wieder in sein zuhause kann in anführungszeichen aber das hat so viel spekulationsraum nur alleine aufgrund dieses bildes es ist einfach cooles set also das ist ihr wisst jedes set mit einer 3d baseplate ist sowieso immer besser als ohne und es ist dafür dass es so der klasse schallt und doch recht einfach gebaut ist einfach in anführungszeichen natürlich nur sieht es umso cooler aus finde ich auch wieder mit diesem drachen maul was feuer speit finde ich eine sehr sehr coole sache also das ist wirklich ein set wo ich sagen muss das muss definitiv auch irgendwann noch mal in meine sammlung auch wenn das wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern wird weil das geht auch schon über 100 euro vollständig mit allen sachen allen flaggen etc bei den rittern muss es natürlich immer kleinere sets geben da gibt es dieses dragon card das ist natürlich richtig super um eine armee auszubauen das ist damals so ein 2d mark oder 3d mark set gewesen wir haben ordentlich waffen dabei wir haben den coolen drachen schild wir haben drachen ritter dabei natürlich nicht mit den coolen helmen das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt gewesen aber solche sets fehlen mir tatsächlich wo man einfach mal eine minifigur kriegt ein klein bild oder so für ein paar euro wir haben das mittlerweile mit polybags aber ich finde das ist einfach nicht das gleiche feeling wie das damals der fall war hier gibt es auch wieder zwei set nummern das liegt meistens daran dass einmal ein polybag auch damals gab und einmal diese kleine box das werden wir gleich beim letzten set was wir uns dann angucken später ich hoffe ich vergesse ich es zu erwähnen noch extremer haben aber ja das muss eigentlich immer sein und bei einer ritterserie oder bei einer rittern themenreihe genauso wie piraten und western ist das eigentlich pflicht lego hatte damals schon die gute idee einige sets das hatten wir bei den armada jungs gesehen bei den dark forest men auch einige sets exklusiv nur für nordamerika zu machen und dieses set 1794 die gehört leider auch dazu der drachenritter ist ganz cool auch mit den federn es ist aber jetzt nicht so besonderes dass ich sagen muss okay das muss jetzt exklusiv gemacht werden das ist eigentlich eher sogar so ein standard set wo man sagen könnte okay das kann überall erscheinen das kann auch jeder kleine händler bekommen da verstehe ich manchmal die vertriebsstrategie nicht das ist übrigens ein jahr später mal nicht rausgekommen also die anderen sets waren alle von 93 93 und da gab es 94 noch mal eine extra exklusiv nordamerika nordamerikawelle und das letztes hat dann das ist irgendwie noch mal 95 noch mal extra rausgekommen wo wir schon bei exklusiven sets sind ist natürlich die 1906 nicht zu vergessen das ist leider auch nordamerika exklusives set gewesen hat auch den gleichen ritter quasi mit dem set also nicht unbedingt die beine ist nicht die einzig gleich figur aber den gleichen ritter den wir eben auch schon gesehen haben und wir haben die coolen bedruckten teile da drin mit die so typisch halt sind für die dragon knights im in der fire breathing fortress sind davon ja auch welche drin und es ist einfach schade dass solche coolen sets auch so ein kleines cooles bild dass das einfach nur ein exklusives set war denn wenn man das jetzt irgendwie haben möchte muss man hoffen dass das hier irgendwie verkauft wird in europa und dann auch nicht zum absoluten mondpreis über 100 euro oder 150 euro für so ein kleines set das ist dann finde ich schon ärgerlich weil es ist eigentlich ein cooles set es passt super in die serie ran in die reihe und man hätte damit zum beispiel auch den workshop erweitern können man könnte den workshop dieses set und ganz am anfang die 60 20 nehmen und das alles zusammenbaut und eine größere basis in anführungszeichen für magisto machen das finde ich immer ein bisschen schade ich hoffe lego wird das nicht noch mal machen dass sie irgendwie anfangen exklusive sachen nur für amerika asien et cetera so was rauszuhauen das ist halt einfach echt schade das letzte set was wir bekommen haben ist natürlich noch mal magisto mit seinem treuen begleiter und so einen kleinen das heißt wizards card dass das einfach so eine zaubertruhe mit bei und das set gab es sogar in drei verschiedenen versionen einmal die normale version die wir jetzt hier sind in so einer box dann gab es die in poli back das war aber so ein bisschen eher limitiert und dann gab es die noch mal in japan irgendwie im asiatischen raum zu so einer süßigkeit oder so kabayashi oder sowas da gab es mehrere poli backs damals wo die dann mit da irgendwie dabei waren und es ist einfach auch ein cooles set das hätte auch das erste set der welle sein können was überall rausgekommen ist die 60 20 ist natürlich noch ein bisschen cooler wie ich finde aber gerade wenn man nur magisto haben will so eine kleine braune schatztruhe die ist eigentlich immer cool die hat man dann auch mit dabei gehabt auch an sich ein cooles set und das war es das war leider schon die kurze dragon knights ritter reihe also das hauptthema sind natürlich magisto und die drachen ritter ist ja logisch wir haben auch ab und zu mal einen wolfpack krieger irgendwie gesehen wer aufgepasst hat aber ja es sind schöne bilds ist was besonderes ist hat eine eigene geschichte ein eigenes feeling und schade dass da halt nur so wenig sets rausgekommen sind die meisten sets davon gerade wie gesagt die kleineren sets die nicht exklusiv sind die bekommt man auch noch relativ gut unangenehm wird es dann halt bei den beiden großen sets und natürlich bei dem exklusiven set aber ich wollte euch die reihe trotzdem mal zeigen weil das auch wieder so eine reihe ist die mir am herzen liegt genau wie die forest man und ich finde auch dadurch dass lego diesen zauberer immer wieder zurückbringt wissen die auch dass das für viele ein besonderer zauberer ist deswegen mussten wir auf jeden fall mal drüber reden ich bin sehr gespannt auf eure meinung was ihr davon haltet ob ihr diesen zauberer kanntet oder ob ihr den vielleicht durch mich erst kennengelernt habt schreibt mir das alles sehr gerne in die kommentare ich freue mich immer auf eure bewertungen korrekturen und eure meinung natürlich habt einen wunderschönen tat noch und bis bald